Großvater Pizarro, erzählst du uns eine Geschichte? In meinem Keller steht ein Raumschiff, ich hab es den Nazis geklaut, hab die Hakenkreuze wegradiert und ne Sandschüssel installiert. Ich empfang 2000 Sender, alle Sender aller Länder. Ich mag die Sendung mit dem Hessehof, Linsen kommt leider nicht so oft. Bei der Werbung auf dem Locus, denke ich schon an die nächsten Dokus. Ich empfang 2000 Sender, alle Sender aller Länder. Großvater Pizarro, woher hast du dieses Raumschiff? Woher hast du dieses Raumschiff? Von den Nazis, scheiß Weltknazis. Woher hast du dieses Raumschiff? Von den Nazis, scheiß Weltknazis. Woher hast du dieses Raumschiff? Von den Nazis, scheiß Weltknazis. Woher hast du dieses Raumschiff? Von den Nazis, scheiß Weltknazis. Woher hast du dieses Raumschiff? Von den Nazis, scheiß Weltknazis.